ja herzlich willkommen auf meiner homepage und ja ich habe ein paar wichtige sachen hier zum sagen und zwar geht es über mein buch trommeln macht schlau in diesem buch habe ich die meisten die meisten vorteile die ich erfahren habe mit trommeln hier verewigt und ja und nun sind auch alle videos fertig wo wo ich vor gehabt habe sie alle zu veröffentlichen in dem integrierten online video kurs der star drin enthalten so ein kleines problem stellte sich fest dieses foto sieht für manche ziemlich gruselig aus und ich habe ein freund der hat sogar gesagt das buch ist super aber ich kann das ich kann das immer nur so hinlegen weil das schaut so eklig aus obwohl das überhaupt total lecker geschmeckt hat das war alles aus marzipan deshalb habe ich ja damals zu halloween gemacht und hab dann die trommel reingesteckt und dann fotos gemacht und der kuchen war super lecker aber es schaut jetzt auf dem auf dem buch cover nicht so toll aus jetzt habe ich mir gedacht ich ende das ich habe 200 bücher bestellt mit dem ding da habe ich noch ein paar und die würde ich sogar ja zum günstigen preis hergeben und danach mache ich das neue mit einem anderen cover wo ansprechender ist allerdings wird der integrierte online video kurs und der ist mittlerweile über 4 stunden material mit sachen die man nicht unbedingt auf youtube sehen kann also das sind eigen kreative sachen wo mir persönlich sicherheit am abend am instrument am schlagzeug an kajon an die channel egal irgendwie rhythmusinstrumente kann ich gleich so in die hand nehmen dass es für mich passt und das ganze das kommt nicht nur weil ich jetzt stundenlang am schlagzeug da üben übe sondern auch mental und hier sind sehr viele mental übungen drin Ja, auf jeden Fall, ich würde die restlichen Bücher noch günstiger hergeben. Irgendwo mache ich einen Link hin, da könnt ihr dann das Buch bestellen. Und danach kommt das neue Buch, überarbeitet. Und allerdings ist der Online-Videokurs dann nicht mehr drinnen, sondern kann man dann extra zusätzlich kaufen. Und der wird voraussichtlich einiges teurer werden, weil der noch umfangreicher wird mit Sounds und Rhythmen drauf und Beispielen. Also ganz sehr umfangreich. Auf jeden Fall, ja, ich würde mich freuen, wenn du noch ein Exemplar willst von diesem. Und ich kann dann auch vielleicht eine Widmung vorne reinschreiben. Also, bestellt das Buch und ihr bekommt es für 28 Euro anstatt 38. Inklusive Porto. Ich würde mich freuen, dich in dem Online-Videokurs noch begrüßen zu dürfen. Und ja, man sieht sich. Grovige Zeit.